Zeit, um Feuer zu machen. Wir machen Feuer! Kann ich helfen? Oh, so Feuerchen wird es auch nicht schlecht, es ist so kalt. Mir ist so kalt. Kurz Abendessen, juckerschmecker. Ich nehme jetzt das gleiche, was ich vorher hatte. So, das ist jetzt die Stelle, wo wir aufgekehrt haben. Ich habe ihn gesehen. Du bist okay, buddy? Ja, es fühlt sich gut, zu sitzen. Sean? Are you mad at me for what happened with Brett? I don't remember everything. Nichts ist passiert, es ist nicht deine Schuld. Wir haben uns geschlagen. Es ist nicht deine Schuld. Wir sind die Wölfe. Wir sind die Wölfe. Wir sind die Wölfe. Wir sind die Wölfe. Sie sehen? Ich bin so over Chips. Oh Gott, ich bin so gespannt auf den Moment, wenn wir Daniel sagen, wie mein Vater Ja Nee, 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 ist überhaupt nicht gut Handy Das haben wir auch schon gelesen Eigentlich haben wir doch eh schon alles Ah ja, die schöne Zeichnung, was wir zum letzten Tag gemacht haben am Fluss Ja, ich weiß nicht ob das gut ist, dann ist sicher unser Akku dann bald leer oder so Wir können uns doch sicher irgendwie anders auch beschäftigen, oder? Ich sag jetzt mal nein Nein Ich sag jetzt mal, die Batterie ist almost dead, und wir werden es brauchen Ich sag jetzt mal, du sagst, dass es keine Reception ist Also, was? Du wirst immer die Batterie töten? Vergiss es Du einfach nicht wollen, dass ich dich schlau Ja, das stimmt Und du nie wirst Daniel ist ein Zombie Okay, ich habe mir schon alles angeschaut Ah nein, schaut mal, da hinten noch Das Portemonnaie Tja Naja Dann legen wir uns einfach mal schlafen Jo, wir treffen auf Camp Bären, oder so I think we earned some serious rest I could sleep forever Not on this ground Better than freezing out there, right? Way better Now we have a real fire And a secure base Naja You did awesome today, Daniel Really? Really? Hell yeah Hell yeah Without you, there's no fellowship That's cool I just want Stay open, son Sleep tight, bro We have to Thank you No I just want Dad, wo sind wir? Daniel? Hey, Brü, warte. Sean? Was ist passiert? Wo ist Dad? Es ist okay. Du... Du hast nur ein Schmerz. Das ist alles. Sean? Wo... Wo sind wir? Hier. In dem Park. Erinnerst du unsere Wunschung? Ja? Wir sind okay? Wir... Wir sind okay. Ich bin hier. Keine Angst. Okay. Ich werde nicht. So lange wie du hier bist. Geh... Geh zurück. Du brauchst dein Rest. Aber ich könnte noch ein anderes Schmerz. Du wirst nicht. Ich bin hier. Just... Just close your eyes. Thanks, Sean. I'm glad you're here. Goodnight, Daniel. Wir sind okay. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Schmerz. Schau, es ist leichter jetzt. Wir gehen hier runter. Wir müssen einfach weitergehen. Ja, das ist besser. Hey, vielleicht finden wir eine Milkshake-Shop. Ah, ja. Eine Forrest-Secret Milkshake-Factory. Keep dreaming, dude. Let's walk a little more. There will be a rest stop or something where we can buy food. I'm sure of it. Oh. Remember that time? Harry Thompson wanted to beat me up. Me and Noah traded some games with Harry. But he didn't like his. So he said he was gonna get us after school. What did you do? We waited in the gym until he went home. That's it? You should have told me. I tried. What you said to get out of your room. I'm sorry, Anno. I should have listened. You did stand up for me. With Brett. For a change. Von Laila. Scheiße, Mann! So wie den Tor eingesammelt. Dann den Zapfen! Den wollte ich zurücklassen, aber Dan bestand darauf. Ein kleines Andenken an Daniels Erfolg im Stein hüpfen. Ich muss meinen Rucksack überstürzt gepackt haben. Die wollte ich nicht mitnehmen. Naja. Blätter schadet ja nie aus. 18 Eiche Einträge. 30. Oktober. Lager entspannt Feuer. Daniel geht es im Moment gut. Er weiß nichts von Papa. Das muss auch so bleiben. Nee, das muss nicht so bleiben. Er muss... Er muss so fahren. Miss you, Dad. 31. Oktober. Beschissene Straße. Zurück gehen. Nein, wir müssen weiter. Nichts. Endloses Nichts. Und Bäume. Wolfsbrüder. Okay, was ist das? Bärstelle. Also, ich sag mal, das sind die ganzen Einträge, ne? Was wir irgendwie dazu gefunden haben in dem Gebiet. Dokumente öffnen. Es ist Halloween. Oh. Ja stimmt. 31. Oktober. Jetzt ist Halloween. Kannst du nicht trakertreten? Hey. Es ist etwas hinterher. Ja. Ich hätte ja gesagt. Ich hätte ja gesagt. Vielleicht hätte man so ein bisschen Essen gekriegt. Ich habe ja gesagt. Ich bin so hungry for real food right now. Ich höre dich. Wir werden Essen, Wasser und... plus ein Map. So wir können die beste Route finden. All right. Hey, come on. Ich weiß, letzte Nacht war schwer, aber... heute wird besser. Naja, ist richtig glaubend tut er uns ja nicht. Äh was? wir haben 30 $ und 30 Cent. So, können wir da irgendwas machen? Ein Auto. Nur mal ein Schild? Cool. Halloween-Dekoration schaut so cool aus. Oh, da sitzen ja Leute. Hallo, entschuldigung. Daniel zum Betteln schicken? Du mal reden. Schönes Wetter. Wir sind Zelten. Wir sind für den Wochenende camping. Aber mein Vater vergessen zu bringen, also wir mussten hier kommen. Oh, nein. Ich hoffe, du musst nicht weit gehen. Wo bist du camping? Ich weiß nicht, den Namen des Platzes. Es ist da. Daher. Du weißt nicht, den Namen des Camps? Hm. Okay. Zu Besuch? So, are you guys just visiting? Or, it's kinda out of the way here. Just passing through on our way to Vancouver to check on our new home. All the way from California. Yeah. Like everybody else in Vancouver. Oh. It's cool there. We're from Seattle. That's nice. I just love the weather up here. Yeah. Who loves the sun? Can't wait for all that snow. I hate the snow. Es ist nicht so schlimm. Oh, that's not that bad. But I don't know about Vancouver. It's lovely according to the books. Oh, jeez. You and your books. We'll see. Happy Halloween? Hey. Happy Halloween. My brother's a zombie. Don't you have a costume? Nuh-uh. I'm 11 years old. Halloween is for kids. Oh. My brother loves it. I don't. I'm almost 12. Kids always want to be adults. If only they knew. So, how old are you? He's nine. I'm almost 10. Oh. You can talk. Yeah. He can talk. A lot. Whatever. So, I'm serious. Do you have something to eat? It's no matter. I'm asking. Do you have something to eat? I'm sorry. Hey. No worries. It's cool. Didn't mean to bug you. Bye. Come on. Let's go. Shit. A few. 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 Big. Take care. vel Disney. Hey. Say why. A few. But, you said... to a big친 않아. But, you said... Well. I saw... Hey, ich kann viel besser zeichnen. Ja, was ist denn da los? Waschen. Vielleicht hätten wir uns vorher waschen sollen und da mit die Leute reden. Naja. Flasche auffüllen ist vielleicht gar nicht verkehrt. Sehr gut. Spiegel. Erwachsene. Alter, was ist das für cooler Klopapier heute? Voll cool. Ja, okay, das ist irgendwie, ja gut. Bis sie seid so missschonend, das stimmt. Halten sie das Bad sauber. Anrichten einer Schweinerei auf eigene Gefahr. Die Verwaltung. Oh cool. Na gut, dann haben wir. Kann ich da in den Schranken reinschauen? Kann ich mit ihm irgendwas? Nö. Wir sind fertig. Und wir gehen. Ist da irgendwas hinterm Haus oder so? Bei dem Auto kann ich da... Okay. Da gibt's nix, oder? Ja? 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 Ja, okay. Ja, ja, gleich. Gleich, 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 gleich. Can't believe how lost we are. Thank god we found this place. Kekspackung. Eine Maus. Ein Vogel. Kann ich die Feder mitnehmen? Ah, ich kann's mitnehmen. Ah, ich kann's mitnehmen. Neues Souvenir. Ah, okay, für den Rucksack. Ich checke irgendwie nicht ganz wie das da... Ich kann halt... Ich kann das halt nicht wegklicken oder so. Ach, keine Ahnung. Gibt's da noch irgendwas? Was ist das? Na gut. Halb geschnitzt. Der schaut voll lieber aus. Es wird wahrscheinlich auch ein weiterer Klopapierhalter für's Klo. In die Tür komme ich nicht rein. Und die können die nicht reinschauen. Besprechen. Okay, was möchtest du denn jetzt besprechen? Hm. Na gut. Kann ich bei dem Auto noch... Warte mal, da war jetzt gerade irgendwas, oder? House. Was ist mit dem House? Was ist mit dem House? Ja. Private Property. Wie? Wie die ist geschlossen? Ich komme jetzt gar nicht rein. Warte mal, da ist noch ein Regal und so. Das sind lauter Bären, der macht ja nur Bären. Work in progress, more in sight. Glürb. Achso du traugst ihn. Im Falle eines Schwarzbärenangriffs lassen sie Essen und Besitztümer fallen, nicht weglaufen oder totspielen. Während sie sich heftig zielen sie auf den Kopf mit allen verfügbaren Objekten. Im Falle eines Kuga-Angriffs werfen sie einen 20-jährigen Mann. Gut, checkin' it. Ja? Ey, keine Sorge. Ähm, vielleicht ein paar andere Tage. Suchen Sie nach Hoffnung. Es gibt nur einen wahren Weg. Nur einen wahren Gott. Treten Sie der Kirche des wahren Ecksteins bei. Wahren Ecksteins. Besuchen Sie heute unsere Seite und finden Sie Ihren Weg. Und eine Happy Trails Tour. Sehr schön. Spanisch Stunden. Nachos und Cerveza? Cerveza? Du klingst wie ein Experten-Douchebag. No hablas espanol. No problemo. Als ein Experte mit über 10 Jahren Erfahrung als Spanischlehrer für die Mittelstufe sorge ich dafür, dass Sie muy pronto Nachos und Cerveza bestellen, wie ein Profi. Hey, look. They're gonna teach us Spanish. Este tipo es un idiota. Hahaha. Eww. Shit, they're still looking for us. We can't go back. Ihre örtlichen und globalen Neuigkeiten. Polizei sucht nach den Verdächtigen Sean und Daniel Diaz. Schießerei in Seattle löst Protest aus. Na komm, schon sorgsärm doch. Oh, Eis wär geil. Ich werde jetzt kurz im Müll wühlen. Weil Daniel ist eh gerade nicht da. Achso. Na ja, dann sollten wir uns was zum Essen geben. Was ist denn da los? Okay. Let's get supplies. Und dann... Dad always had to think for gas stations. We stopped at so many on our road trips. He says they're all kind of the same. They feel familiar. Almost like home. Same bad coffee. Same nasty toilets. Same food. But I don't feel at home at all. Sean. I'm hungry. Can we go eat something? Please? Um. Yeah. Sorry. Just... daydreaming. Okay. Let's go. Let's go. Aber, liebe Leute, erst in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.